So, Freunde, jetzt begrüßen wir euch zu unserer 8,5-stündigen Aftershow-Party. Ihr habt die ganze Zeit gesessen, kommt. Es liegt jetzt eine gewisse Zeit vor uns. Zuerst bedanken wir uns für den schönen Abend. Wir hatten viel Spaß, wir rufen ihr auch. Habt ihr alle was zu trinken? Dann solltet ihr euch jetzt schnell rumdrehen, da hinten gibt's noch was nicht, dass ihr uns dehidriert nach 4 Stunden. Wir haben noch ein bisschen jetzt vorbereitet, wenn es euch gefallen hat, dann erzählt das ein bisschen rum. Wir sind jetzt noch bis Ende nächster Woche, bis zum 9. April, hier in der Komödie mit ganz großes Kino. Das heißt, ihr könnt auch gerne noch mal vorbeikommen, zur Festigung zum Beispiel. Also, wenn ihr Lust habt auf Musik, dann gebt uns ein eindeutiges Ja! Ja! Das war fast nicht laut gedruckt. War nicht laut gedruckt. Gebt mir ein Ja! Ja! Oder noch besser, gebt uns unsere Hände! Ja! Locken, locken! Weitere. Okay. Gebt mir ein Ja! Musik 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 Musik